Gut gemacht, Donnerblitz! Los! Pi-Ka-Chi! P-Ka-Chi! Oh nein! Pikachus Attacke gegen die Ponytox war ein direkter Treffer. Eine köstliche Attacke und sehr schnell serviert. Zeugs dem Pikachu! Zeugs dem Pikachu! Zeugs dem Pikachu! Los! Los! Komm schon! Steh auf dem Ponytox! Los! Das ist unsere Chance! Pikachu, Eisenschweif! Los! Pi-Ka-Chi! Oh, das könnt ihr vergessen! Die Ponytox, halt sie auf! Schnell! Die Ponytox! Okay, Mülltreffer, los! Ponytox! Schnell ausweichen! Pika! Genau so! Beschäftige sie weiter! Ponytox! ogr Bundtax! Wie! Wie ka! Wie mana! Jetzt hielt Pikachu hoch! Das ist die Partytox! Das ist die Partytox! Auch unsere Fans sind wirklich geduldig. Und sie werden alles belohnt. DasCO Pharisee. Wie! Wie Happy! Wie! Wie! Los, Duplex-Heap! Die Pony-Kucks! Kucks, 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 Kucks! Legen wir los, damit Mika mal so richtig abrocknen kann. Yeah! Mika! 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 Wir lassen uns nicht übertönen. Milza, feuern sie an, so laut du nur kannst. Mika, Mika! Penny, wir brauchen dich, du musst uns helfen. Lilia! Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, aber das ist lächerlich. Er steht mit dem Rücken zur Wand, hör auf zu quasseln und feuer ihn an! Mann, ich muss unbedingt schnell etwas unternehmen! Jetzt Mülltreffer, los! Pony-Kucks! Pikachu! Es hat Gift abbekommen. Ich schätze, es wird genauso enden wie mit deinem Mebrana. Pikachu, du musst aufstehen! Komm schon, das schaffst du nicht mehr! Miloette? Was das? Sind wir mit unserer Kraft am Ende? Gebt nicht auf! Ihr dürft nicht aufgeben! Los geht's! Ihr habt doch gerade erst angefangen! Mika, Mika! Sie hat recht, es wird Zeit für euch, die Suppe endlich mal wieder umzurühren. Ihr könnt gewinnen mit der für Ash-typischen Ash-Einstellung! Das sind Benni, Lilia, Milza. Okay, wir werden so lange kämpfen, bis wir umfallen! Mika! Schön, ganz wie du willst! Jetzt Gift-Shock, los! Oh! Ist die Pony-Kucks gelähmt? Was ist denn auf einmal mit ihm los? Ha, was mit ihm los ist? Statik! Statik, wow! Pikachu's spezielle Fähigkeit ist Statik. Die Pony-Talks ist gelähmt worden, als es Pikachu mit Duplex-Heap getroffen hat. Oh! Was machst du denn da? Reiß dich zusammen, der Pony-Talks! Okay! Pikachu, da mal blühen! Pikachu! Der Pony! Ja, genau darum geht's, wenn man richtig abrocken will. Yeah, jetzt Gift-Shock, los! Äh! Dachs, Dachs, Dachs! Los jetzt Pikachu, Elektroball! Pika! Pika, Wika, 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 Wika! Dachs! 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 Oh! Die Panny Tugs!